Junge, meine Aktie ist jetzt erst einmal gleich kaputt Weine Äh, warte mal, ehe ich mich teleportiere, ich fuhre mir kurz mal ein bisschen schwer Ja, mach das Ich hab keine Holz Du hast einen riesen Baum neben deinem Haus stehen Problem gelöst, ist Holz Eigentlich hab ich ja vier Steaks, aber egal Hier ist ja, warum liegt hier ein Eisenschwert? Egal Das ist meins Das ist Havikator Weil du mich teleportiert hast Hass Nütze ich es jetzt Dein Halberstack Sticks liegt jetzt auf dem Boden Und dieser Hund Ah Also ich suche gleich eine neue Fassung, das reicht mir Mach das nicht bald weiter hier Nicht immer die Skelette haben wir aim Das ist halt wirklich so Ey, das hat mich gerade angeschossen, so war ich hab trotzdem keinen Schaden genommen Ehh Hehehe Zu wenig Kraft gehabt Ja, keine Ahnung Alter, oh, ich krieg Kopfschmerzen, ey. Ich hab Kopfschmerzen, ich krieg keine, ich hab schon mal die. Es fuckt mich ab, dass hier nix ist. Oh mein. Wie geht's überhaupt wieder raus? Hey, der verpisst sich. Ich müsste im Shirt wissen, was. Ich suche jetzt irgendein neuen Fest und es reicht. Mach das. Ich bleib weiter hier. Ja, mach das. Ich kann das nicht mehr riesen. Aber schön, dass ich jetzt n Stack Bruchstein hab, warum auch immer. Woher hab ich denn? Keine Ahnung. Ja gut, das ist gut zur Fortbewegung, Neta. Fortbewegung. Ich höre irgendwie das Gericht. Alter, wo kommt der noch auf einmal her? In welche Richtung soll ich gehen? A, W, C oder D? Hä? Norden, Osten, Süden, Westen. Keine Ahnung. Okay. Kentucky Fallchecken, ja, würde ich auch sagen. Aber es ist in die Richtung, von der wir nicht gekommen sind. Aber in welche Richtung sind wir nicht gekommen? Keine Ahnung. Aber in welche Richtung sind wir nicht gekommen? Keine Ahnung. Okay. Dann gehe ich jetzt irgendwo. Aber nicht in diese roten Dione, weil diese böse sind. Scheiße, das hat die überfallen mich. Okay, eigentlich ist der ganze Neta böse, aber... Egal. Oh, jetzt brauchen wir den ja nicht erzählen. Oh nein! Oh. Mal bis jetzt. Hast runtergefallen. Hm. Wo ist jetzt überhaupt mein Stack wieder hin? Schade. Tja, aber du hast es aufgezogen, oder was? Leider. Jürgen, was machst du aber auch? Du kannst dann ja so auf einmal einen Stack Koppelstone verlieren. Ich weiß es nicht. Ich habe drauf geguckt, da hatte ich noch rund 50. Jetzt habe ich noch mal drauf geguckt, jetzt hatte ich 5. Ich weiß es nicht. Was machst du? Ich weiß es nicht. Du bist der Koppelstone heimlich fressen, oder was? So unterbewusst. Das ist der Charakter, der so unterbewusst als Nervennahrung baut. Oh, ich weiß es ja hier, diese Inventory-Pads, ne? Ja, ach ja, stimmt, die haben ja auch immer was. Die immer was so gefressen haben. Heute oder so. Ja, ja, eher eine. Oder einfach mal Obsidian. Nein, einfach so. Dann fragst du dich so, hä, hatte ich das nicht noch gerade noch? Hm. Manchmal wusstest du auch einfach nicht, dass sie das essen, ne? Ja. Manchmal war das richtig für einen. Du hattest die einfach so im Inventar, wusstest du aber nicht mal, was die so brauchen. Ja, es ist halt so. Man stand zwar dabei, aber du konntest ja nicht lesen. Ey, Gott sei Dank, ein normales Bio-Mail. Ne Festung, eigentlich doch nicht. Einer weiß, was ich gefunden hab. Keine Festung. Es sieht so aus, es ist alles, als ob das ein Weg von uns wäre. So behindert gebaut. Ja. Neulier mal, warum sind jetzt so viele Blazers? Mit zwei verschiedenen Blöcken. Autsch. Oh, ein Basalt-Bium, ey, ich könnte kotzen. Ich hasse den Meter, Alter, das ist... Ist ja nicht normal, ist ja nicht mehr normal, ne? Okay, hab's überlebt. Ich hab halt nicht mal meine P-Känner. Das ist traurig. Ja, ist es wirklich. Und ich hab keine Blöcke. Ich bin tot. Hm. Hm. Jetzt drauf was. Nö. Ah, noch ein bisschen wird das gelönt. Äh, kommt ja nur. Und? Nichts. Hm. Alter, nicht mal nichts hat er gedrückt. Nö. Wir haben einfach weniger als nichts gedrückt. Alter, ich spawne hier gleich mit eigener Hand, wie das gelöntet wird. Achso. Du bist es, wie das gelöntet wird. Ja. Ist doch nicht möglich. Oh, dann findest du mal wieder das gelöntet. Ah, vor uns ist eins. Ist doch nicht möglich. Ähm, jetzt vielleicht nicht sterben? Ja, dann nicht. Ich will schnell mal essen. Oh, ein Schwert. Auch geil, wie hier steht, du wurdest nie von einem Schaf getötet. Weil das ja auch geht. Meine Rüstung ist halt auch gleich Schrott noch. Also, bevor wir den Witter, äh, spawnen, sollten wir uns vielleicht erstmal stärker rüsten. Ich will ja wenigstens noch einen, äh, den letzten Witter-Skelett-Kopf in der Folge, die übrigens zwei Stunden geht, haben, dass wir einfach, dass es sich auch lohnt, bis zu Ende anzugucken. Sonst kann ich auch in den letzten Teil einfach rausschneiden. Mö. Also, es wäre vielleicht auch sinnvoll, weil wer guckt sich das sonst an? Oh, ich habe uns gefunden. Ich habe mehrere gefunden und hier ist Huggel. Wo bist du? Ach. Weiter auf der roten Seite der Macher. Auf der roten Seite. Äh, ja. Also, ich habe ja auch Huggels gefunden, zwei Stück. Sag mal, wer kann man eigentlich auf die Idee? Ja, komm. Das war ja, den will er besiegen. Äh, ja. Jetzt haben wir mal das. Wo ist der Junge? Das war nie richtig so, das so. Aber das war auch in Minecraft Ender immer so. Ey, auf Ender hattest du ne Rüstung. Äh, ja, da hatte ich so komisch. Ich bin die Rüstung. Hm. Am wieder ausgelöst. Vor uns. Töte. Aua. Ich bin gleich tot. Das hat gar nichts gedruckt. Hm. Oh, schade. Wie ich nicht so einfach nur aus dem Weg gehe. Ich bin gleich tot. Ja, ich bin gleich tot. Moin Enderman. Ich sehe sie, ich sehe sie auch schon seit 25. Ich denke, oh, ich so jedes Mal so ein Enderman ist so ein Widder Skeletz. Hey, Junge. Also einfach schon eklische Hoffnung aufgubst. Wir holen einfach ein, äh, hier so ein vom Blitz getroffenen Creeper hierher. Der sprengt ein wie das Glätt und dann haben wir einen Kopf. Echt? Geht man da durch den Kopf? Ja, zu 100%. Aber krieg ich erstmal so ein Creeper hierher. Wollte ich auch grad sagen. Mach das erstmal. Wer kann man eigentlich auf die Idee wieder? Hey, aber es nutzt sich. Wer kann man eigentlich auf diese Idee wieder? Na, bei den Zombie ist es auch so. Ach, wow. Hä? Was ist das nicht? So kriegt man doch die... So kriegt man doch die Zombie-Köpfe und so. Ah. Ja, stimmt, kann sein. Ja, ich glaube, da war mal. Geh ins Feuer, Picklein. So soll es ins Feuer gehen. Ach, egal. Guck mal, dein Kollege ist auch doch schon baden. Baden-Baden. Alter, ich hab keine Lust mehr, ey. Ich spawn hier gleich einen Böser. Ich werde zum Böser. Wie hieß nochmal dieses Finden von Biomen oder bestimmten Dingen? Locate, ne? Hm. Äh, bei Biom ist es Locate Biom und Strukturen einfach nur Locate. Ich hab drei Wider-Skelette gefunden. Davon wird da jetzt einer troppen. Äh, Strukturen? Die ersten zwei troppen einfach gar nichts. Nicht Menschen, sondern wie heißt das? Festung. Eher auf Englisch? Waze. Keine Ahnung. Kannst du mich nicht TP'n? Ich bin nicht TP'n. Danke. Ich dachte, es ist so drücklich. Geh mir weg, Base. Geh mir weg, Base. wisse skelett eigentlich schon zu finden ist einfach nichts getroppt leck mich doch ganz ehrlich und denkst du immer die trocken am ende ist das kohle aber ich habe in der zeit einfach schon mit ihr es gefunden ist das wirklich so und netherworld zugleich zwei verschiedene dimensionen als eine person wenn es gar nicht geht ich weiß nicht wie mal ich hier schon durchlaufen vielleicht auch mal auf den dächern gucken welche dächer hier gibt es keine dächer junge das ist so behindert hört sich in die scheiße ausgedacht ja komm wir machen mal so ein op-boss rein aber der eigentliche boss sind erstmal die widerskelette weil die können sowas nicht trocken vor allem das ist ja nicht mal dass das die stark sind die sind übel schwach aber die facken einfach nur ab die 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 droppen einfach nichts das ist die sache junge miese ich höre dir bringe einen boss rein mach einfach nur so dass man den einfach so richtig schwer beschwören kann einfach dass man auch einen anderen mob erst mal köln muss dann haste content für zwei jahre das war es für die folge gewesen wenn es euch gefallen hat lassen lag der abonnent aktiviert die glocke um keine videos mehr zu verpassen in der nächsten folge weiter bis zur nächsten folge und ciao ciao das war seine motivation und 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 und